Musik Vor einigen Tagen erschütterte der Fall Adolf Eichmann die deutsche Öffentlichkeit. Offenbar wurde einer der größten Massenmörder in der Geschichte der Menschheit jahrelang gedeckt, vom BND und seiner Vorläuferorganisation. Ein paar Tage später danach wurde bekannt, dass der Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, offenbar für den BND gearbeitet hat. All diese Fälle sind offenbar nur die Spitze des Eisberges. Wir fragen uns als Linksfraktion im Bundestag, was macht die Bundesregierung in diesem Zusammenhang? Wo ist der Wille zur Aufklärung? Deswegen hat die Linksfraktion im Bundestag mehrere Anträge zu diesem Thema eingereicht, unter anderem den Antrag, alle Akten zum Fall Eichmann und BND-Vergangenheit offen zu legen und sie der Forschung und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir wollen weiterhin wissen, was ist eigentlich die Position des Kanzleramtes? Wir wollen wissen, was gedenkt das Kanzleramt zu tun, um größtmögliche Transparenz zu schaffen? Und wir wollen natürlich anstoßen eine Debatte, die daran erinnert, wie es für die Millionen Opfer und ihre Angehörigen eigentlich wirkt, dass NS-Massenmörder offenbar ungestört jahrelang leben konnten, obwohl man wusste, wo sie sind. Was gab es dort für Kollaboration? All das sind wichtige Fragen, auch heute noch, nach so langer Zeit, Denn sie müssen beantwortet werden, um darüber sich zu vergewissern, wie die demokratische Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland vorangegangen ist. Das ist eine wichtige Frage. Hierzu hat die Linke auch eine große Anfrage in den Bundestag eingebracht, um diese Fragen ganzheitlich zu diskutieren. Wir fordern die Bundesrepublik auf, die Bundesregierung auf und insbesondere fordern wir das Kanzleramt auf, aufzuhören, diese Aufklärung zu blockieren, alles offen zu legen und damit die Geschichte begreifbar zu machen und vor allem ein Zeichen an die Angehörigen und die Opfer zu setzen.